Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Format hier auf dem Kanal, nämlich ein Format, wo ich gegen euch im PvP spiele. Ja, das Ganze ist auf einer Spaßbasis, ja, also hier nichts Ernstes, sondern einfach nur aus Spaß. Ich bin selber ein PvP-Noob und hab keine Ahnung, das werdet ihr in der ersten Folge sehr wahrscheinlich sehen. Es ist so, wir werden immer am Ende des Videos erklären, wie man mitmachen kann. Ja, also wenn du einen kleinen Teil erklärst, wie ihr mitmachen könnt. Und wir spielen hier im Team mit einem Motto. So, wir haben in der ersten Folge uns gedacht, weil gerade Dragon Ball so ein Thema ist, dass wir sagen, wir nehmen Pokémon, die wir im Vorfeld ausgemacht haben, die einen Dragon Ball Charakter widerspiegeln. Sondern ich werde das Ganze auch einblenden, dass ihr wisst, wer damit gemeint ist. Und spielen dann so einen kleinen Spaßkampf, Best of Three, also heißt, wer zwei Battles von drei gewinnt, hat im Endeffekt das Ganze gewonnen. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video und wenn ihr mitmachen wollt, dann am Ende noch den Teil angucken, wie ich erkläre, wie man mitmachen kann. So, die Kampfauswahl für die erste Runde beginnt. Oh Gott, was hat er? Rayquaza, Shaman, Despota, Gengar, Kramor, Luxor. Okay, ich wollte teilweise ähnliche wählen. Ich würde sagen, ich starte mit Panferno, Giratina und... Boah, ich nehme Lucario noch mit. Und als viertes dann... Nehmen wir den Krossma? Komm, wir nehmen den Krossma mit. So, wir spielen ja nur mit vier Pokémon gegen vier Pokémon. Deswegen wähle ich ja nur vier. Mal gespannt. Passendes Shirt dazu angezogen. So, Coco, mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Ich glaube, ich muss meine Kamera noch ein bisschen versetzen. Das werden wir gleich noch mal uns angucken, ob ich die Kamera ein bisschen umsetze. Ich glaube, die sitzt da oben, glaube ich, ziemlich doof, oder? Aber das sehen wir gleich. So, Rayquaza, Panferno, Cam. Jo, das Feld ist ganz schön überlappt. Ja, ich mache das mal ganz mal in der Kamera mal ganz kurz hier rüber. So, Panferno, Vegeta und er hat sie sogar so umbenannt. Okay, krass, okay. Das hatte ich jetzt nicht gemacht. Okay, wir haben Panferno und Giratina. Panferno gehe ich mal auf... Oh Gott, wo gehe ich denn? Ein richtiger PvP-Loop, ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal mit Steinkante auf Dings. Und wir gehen mit Drachenpuls. Komm, wir gehen voll auf Shenlong. Volle Power auf Shenlong gehen. Oh, er Terra kristallisiert schon. Okay, krass. Er tut Rayquaza... Okay, es war so klar. Es war so klar. So haben wir so gesagt, der Savior schützt halt sein Rayquaza jetzt damit. Ach ja. Das sehen wir mal, wenn man... Oh ja, ich will Drachen tanzen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich. Das zieht in der ersten Runde nach. Van der Welle auch noch auf Panferno. Dass der natürlich jetzt nicht auf Feuerattacken gehen kann. Eventuell Drachenpuls. Fuck. Das könnte für mich jetzt schon ganz schön mies werden. Ich meine, ich könnte es probieren. Ich könnte es probieren mit Flammenwurf. Aber ich habe ja Wahlband. Ich habe ja Wahlband auf dem Ding, bei dem Fernseher drauf. Nein. Wir haben mich voll umgangen. Dann gehe ich auf Lux, also auf Vegeta damit. Und ich... Ich versuche mit Spukball eventuell ein bisschen mehr Damage zu machen. Ja, oh Gott. Ich werde wohl vorgeführt. Aber gut, das scheinen long, Leute. Hallo. So. So. Spezialangriff singt der. Oh Gott, ey. Nein. Warum reicht es denn nicht? Aber seine Zeitung singt. Okay, aber das ist dann... Was wählen wir rein? Wählen wir rein? Ich könnte auf... Ich könnte auf... Ich probiere auf Nick Ross mal zu gehen. So. Gucken wir mal. Was wir so rein... Gehen wir auf Hitzewelle? Ich weiß nicht, ob er weiß, dass er Hitzewelle im Setup hat. Gucken wir mal, dass er vielleicht nicht damit rechnet. Oh, Zenit-Stürmer. Warum? Warum? Oh, Manno. Warum denn? Nein. Man kann auch mitmachen, wenn man keine PvP-Erfahrung hat. Oh Gott, ich kriege hier ein Verlauf. Danke. Ja, oh, er senkt mal einen Spezialangriff auch noch. Ich bin so dumm. Ich hätte einfach auch noch auf Shenlong gehen sollen. Und dann wäre er vielleicht nicht draufgegangen. Okay, ich muss auf Lucario gehen. Anders wäre er nicht übrig. Man muss im Endeffekt mit Lucario jetzt gucken, dass ich zumindest mal Shenlong rausnehme. Ich gehe auf Turbo Tempo. Versuche den rauszukloppen. Und muss jetzt eigentlich im Endeffekt gucken, dass ich irgendwie... Ich habe nicht ein Pokémon-Down bekommen, der erste Mal. Was ist denn jetzt hier los? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht hinkriege. Immerhin, oder? Immerhin ein Down. Zieg. Nein. Immerhin Shenlong bleibt gemacht. Nice. Dann macht Stromstoß. Wow. Das war... Aber hart. Komm schon. Nein. Hätte er keine Standpauke gespielt, wäre er jetzt draufgegangen. Rein Standpauke, die das jetzt hier verursacht hat. Okay. Aber ich habe ihn eins abgezockt in der ersten Runde. Ich bin ja besser auf Re. Ich habe auch noch eine Chance auf einen Rematch in der nächsten Runde. Gucken wir mal, ob... Oh, Shiny Shaman ist schon... Ist schon hübsch. So. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und könnte sagen, ich probiere auf... Ich meine, ich könnte Luxra eventuell direkt rausnehmen. Aber das kriegt mir jetzt ja auch nicht so viel. Ähm... Ich versuche es. Aber so viel Schaden werde ich eh nicht machen. Jaja, war klar. Sie hat auch Luxra gehen sollen. Aber gut, die Runde ist eh vorbei. Dass die Runde jetzt so weit ist, dass mir das ist ja... Gott. Ich sehe schon die Kommentare. Ich sehe schon die Kommentare. Oh Gott. Hier ist das ganz schön lahm, kann das sein? So. Immerhin zwei down. Die Hälfte des Teams vom Gegnerblatt gemacht. Immerhin. Zwei von vier ist auch eine gute Ausbeute. Fünf Prozent so. Hallo. Da muss kleine Ziele haben. So, guck mal. Das Ganze geht jetzt hier weiter. Ach ja. Ich habe das Gefühl, er lässt mich zapfeln. Er zappeln, oder? Kann sein. Was soll er das hier mit Absicht machen? Lässt er mich mit Absicht hier zappeln? So. Koko, das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett, dass du das jetzt hier machst. Dass du mich hier zappeln lässt. Nee, rüberlegen, falls du hier weiter vibriert. Das ist sehr gemein. Warum? Beenden ist doch einfach. Danke. Erste Runde verloren. Das ist gut geschlagen, Black Goku. Okay. Erste Runde habe ich verloren. Ja, okay. War fast abzusehen. Wenn man gegen Leute spielt, die sich PvP-mäßig auskennen. Nicht so wie ich. Gucken wir mal. Was? Die zweite Runde sind ja Fun-Battles. Das ist ja auch nur aus Spaß. Und daher ist alles nur aus Spaß. So. Dreck mal die zweite Runde rein. Ich habe zum ersten Mal gerade gecheckt, dass das Uga-Bonn ist. Sehr lustig. So. Teilen im Steam. Gehen wir mit anderen vier rein. Ich würde sagen, wir starten mit Porygon. Nee, Porygon hebe ich mir auf, oder? Nee, komm. Ich gehe mit Porygon rein. Porygon. Nee, Grossman. Ich würde sagen, mit Hariyama. Und Panferno. Also die vier, mit denen ich reingebe. Gucken wir mal. Ob er jetzt auch noch Gengar und Desphota spielt. Oder ob er... Aber ich weiß gar nicht, was er eben dabei hatte. Wir haben das vierte... Nicht... Doch hatten wir gerade... Nee, doch haben wir gesehen, ja. Meint ihr, ich werde es schaffen? Meint ihr, wir steigern uns? Kriegen wir drei down? Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Vielleicht habe ich es ja auch. Warte mal. Kommen wir in Best of Free in die dritte Runde. So. Ja. Ist ja alles möglich. Gucken wir doch mal. So. Zweite Runde. Direkt mal sehen, was geht. Der beginnt mit Shalman und Kit Boo. Okay. Er kommt mit einem Shiny-Gänger um die Ecke. Ich komme mit Negrosma und Borygon-Set. So. Ich überlege, ob ich eventuell direkt Terra kristallisiere. Aber halt zurück bei Gengar noch gar nichts. Eigentlich ist es gerade super doof, dass ich dass ich dass ich gerade jetzt Borygon draußen habe. Ich könnte aber hier mit Hitzewelle Wir probieren es mal. Wir probieren es mal aus. Eigentlich wollte ich mit Borygon Terra kristallisieren. Aber das mache ich jetzt eher Terra kristallisieren. In Stahl. Auch wieder Stahl. Okay. Okay. Shaman auf Stahl. Borygon macht finster Aura auf Kit Boo. Kit Boo überlebt. Ich habe mal den Rückenwind. Oh. Machen wir Damage? Komm schon. Machen wir Damage? Der macht Spukballen. Nein. 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 Ne, Krossma hält einfach nichts aus. Warum denn? Warum hält dieses Ding denn nichts aus? Ist doch ein Leggy. Gengar ist doch mehr Knasknochen als als Ne, Krossma. Warum? Warum denn? Verstehe ich nicht. Hm. Ich kann mir das halt mal erklären. Wo hält es ja nichts aus? Ich habe gehofft, ich würde zumindest einen Angriff starten können. So. Hier müssen wir natürlich auf den gehen. Und hier würde ich einmal Rundumschutz einsetzen. Ja. Wäre mal ein Plan. Hoffen wir mal, dass mein Plan aufgeht. Ich habe keinen Plan. So einen halben, eventuellen, kleinen Hoffnung. Wird man das? Oh. Oh, er holt Kit Boo zurück. Okay. Er geht mit WG da rein. Okay. WG da. So. Rundumschutz. Luftschnitt. Finstere Aura. Ah, macht zu wenig Damage. Das Problem ist, ich bin einfach langsamer als, ähm, ich bin halt langsamer als Shaman wegen Rückenwind. Das ist so ein bisschen das Problem. Und hier kann ich ja leider nicht auf eine andere Attacke gehen. Ähm. Oh, das ist halt das Problem. Ich werde halt safe jetzt platt gemacht mit Luftschnitt. Oh, nicht. Er hat aber Stromstoß. Das reicht aber auch. Ach, Mann, ey. Nicht mal ein Ziehrund, oder? Danke. Ich habe gehofft, ich steigere mich ein bisschen. Ihr habt wahrscheinlich den Videotitel gelesen. Die völlige Zerstörung des Sharios. Da wusstet ihr im Vorfeld wahrscheinlich schon, was passiert. Ähm. Krass, ey. Krass, krass, krass. So, ja, wir haben jetzt die Zerstörung jetzt anüblich, alles auf dem Sack zu bekommen. Ich habe halt natürlich hier den Terrortypen eigentlich nur gewählt, um die Schwäche zu umgehen. Aber das bringt uns natürlich jetzt halt nichts, um Damage zu machen. Eigentlich war mein Plan ja... Weil mein Plan war gerade... Ganz abschätzt, gerade mich verklickt. Äh, mein Plan war eigentlich anders. Eigentlich wollte ich ja mit Porygon reingehen, aber... Warum? Ja, dann wäre er ja schon down gewesen jetzt halt. Aber er macht halt... Nicht einmal eins habe ich down bekommen. Höllige Vernichtung. Eins. Eins habe ich down gekriegen. Yeah. Oh, Mann, ey. Shame, shame, shame. Das war nicht gut. Ja. Das war kann ich nicht einsetzen. Wir müssen ja Finstaurer einsetzen. Ich will doch Finstaurer drücken spielen. Den Kampf doch noch beenden. Ja. Dir geht nichts mehr. Das ist vorbei. Ja. Dann würde ich sagen... Glückwunsch, Koko. Hast du gut gemacht. Hast mich gut zerstört. Ähm... In Grund und Boden gerammt. Ja, Leute. Dann würde ich sagen... Ich erkläre euch noch gleich, wie ihr mitmachen könnt. Wenn ihr Bock habt in der nächsten Folge von... Ähm... Macht Schario Blatt. Vernichtet ihn. Ähm... Ich sag vielen Dank. Und fürs Mitmachen, Koko. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, Leute. Infos gibt es jetzt. So, Folge 1 ist zu Ende. Und ihr wollt bei der nächsten Folge vielleicht mitmachen. Dann schreibt in die Kommentare dieses Videos... Hashtag Zero Schario. So wie der Kanalname geschrieben wird. Dann werde ich einen rausfiltern. Den werde ich anschreiben. Also unter das YouTube-Kommentar drunter schreiben. Hey, du bist dabei. Irgendwas in der Richtung. Also achte da ein bisschen drauf auf euer Kommentar. Ja, und dann machen wir einen Tag aus, wann wir uns dann zusammensetzen wegen dem Aufnehmen. Natürlich vorher schreiben wir noch sowas, welches Motto das nächste sein wird. Auf was wir so einigen gehen. Dass jeder auch die Zeit hat, das vorzubereiten. Etc. Und dann werden wir uns dann zusammensetzen. Werden das Video aufnehmen. Und dann wird es halt dann demnächst dann online gehen. Und so wirft es dann ab. Immer in der aktuellen Folge, wenn ihr mitmachen wollt, einfach Hashtag Zero Schario in die Kommentare packen. Und dann wähle ich jemanden aus, der dann bei der nächsten Folge dabei sein kann. Wie gesagt, Leute. Das ist hier keine PvP-Kenntnis vonnöten. Ihr habt gesehen, ich habe hier wahrscheinlich gespielt wie sonst was, weil ich hinde das Ganze davor auf. Also kann ich euch nicht genau sagen, wie ich gespielt habe. Aber ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe es schon auf den Sack bekommen. Daher keine PvP-Kenntnis ist notwendig, weil das Ganze soll ja ein Spaßformat sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.